Wir befinden uns hier in der wunderschönen St. Georgenkirche in Glauchau in Sachsen in der Nähe von Zwickau an der wunderschönen Gottfried-Silbermann-Orgel von 1730. Und die besonders schönen Klänge hier sind natürlich alle wunderschön. Es sind die Zungen unten im Pedal, Posaune und Trompete. Wir haben die Zimbel, wunderschöne Rohrflöte 8. Man kann sich in jede Klangfarbe absolut verlieben. Und dann haben wir natürlich einen 16 Fuß auch sogar, eine wunderschöne Schwebung, eine Vox Humana, eine Trompete und einfach eine wunderschöne Mixtur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.